Ich freue mich, wenn Menschen sich freiwillig mit Tieren umgeben wollen. Aber ich muss natürlich schon darauf achten, dass es nicht nur zu Lasten des Tieres geht. Damit das nicht passiert, leitet Janett Klemm das Projekt HundeDoc. An vier Tagen in der Woche fährt die Tierärztin mit ihrer mobilen Praxis durch Berlin und kümmert sich um die Tiere mittelloser junger Menschen. Ja, Mäuschen. Damit läuft es aber schon eine Weile rum, Sarah. Da warst du nachlässig. Die hat eine massive Gehörgangsentzündung. Das, was ich hier raushole, gehört da definitiv nicht rein. Nicht in der Menge und nicht in der Farbe. Und ihre Ohren, ihre Haut hier ist ganz, das ist ja das bessere Ohr. Das ist ganz rot und entzündet und empfindlich. Aus Spanien habe ich sie, aus einer Notstation. Rettungsstation, sie sollte eigentlich schon umgebracht werden. Die schlimme Vergangenheit sieht man der Hündin nicht mehr an. Amy musste aber schon auf der Straße betteln, um Nomi und sich etwas zu essen kaufen zu können. Den Klienten von Janett fehlt es jedoch nicht nur an finanziellen Mitteln, sondern oftmals auch an einem stabilen sozialen Umfeld, um ihre Tiere ausreichend zu versorgen. In der Regel werden sie von Sozialarbeitern an die mobile Praxis vermittelt. Also neben meiner fachlichen Kompetenz als Tierärztin spielt hier natürlich die seelsorgerische Funktion eine ganz große Rolle. Die Seelsorge kriegen Sie eigentlich auch beim Sozialarbeiter. Aber bei mir ist es ja so, dass wir uns auf dem gemeinsamen Nenner die Liebe zum Tier treffen. Und da habe ich einfach nochmal, nicht immer, darf mich da also auch keine Illusion hingeben, aber häufig doch nochmal einen gewissen Vorteil. Der Kater von Nick wurde aus seiner betreuten Wohngemeinschaft gestohlen. Die Polizei weigert sich jedoch, gegen den Täter zu ermitteln. Und deswegen würde ich dich bitten, dir einen glaubhaften Zeugen, sprich einen Betreuer zu krallen und das wirklich mit dem als Leumundszeugen sozusagen auf der Meldestelle zu machen. Nicht, dass der Polizist dich sieht und für unglaubwürdig einstuft und dich dann wieder wegschickt. Arbeitgeber von HundeDoc ist das Sozialpädagogische Institut Berlin. Die Stiftung finanziert sich ausschließlich über Spendengelder. Allein durch die Arbeit in der Praxis könnte sich Janett Klemmt nicht versorgen. Ihre Familie unterstützt sie finanziell.